Musik Dank F5 bist du bei mir jetzt auch homosexuell. Hi! Drücke F5, um jetzt auch ein bisschen Homosexualität in deinem Stream zu haben. Ja, lass dir von den anderen Kindern nichts sagen. Du bist ein ganz, ganz toller Mensch, der ganz, ganz viel Tolles vor sich hat. Aber bitte in Bewegung bleiben, wenn wir wissen, dass das Bild nicht hängt. Okay, ich versuche währenddessen ganz sexy meine Hände zu bewegen und irgendwelche Förmchen zu bilden, damit man denkt, dass das ein Livestream ist und dass alles auch immer neue Kamerabewegungen sind, damit man weiß, dass das alles super fresh und neu ist. Und Togo und hier und da und Lady Gaga und was weiß ich. Und komische Geschichten. Bitte nicht klippen. Danke. Aufgepasst! Ich bin nicht der Edelfuchs. Ich bin nicht der Edelfuchs. Heute wirks ich riesengroße und jetzt nochmal wieder was los. Es gibt auch eine Sache, die viel günstiger ist, einfach nicht dumm sein. Oh mein Gott. Es ist schön zu sehen, wie man am Anfang so richtig vor jedem kleinen Gegner noch Angst hatte und jetzt so langsam... Nico macht einen auf Dr. Strange? Wieso Dr. Strange? Also ich bin Strange. Aber ich bin nicht bei der Kamba, Bitch. Nicht. Das hat meinen wahrsten Sinne des Wortes kommen sehen. Hast du es ausgespuckt? Äh, äh. Ja. Ja. Ich spuck nicht. Ich spuck nicht. Haa. Danke, Lexi. Schön. Die Teufel jagen mich im Dunkel. Das Gold von Eldorado ist mit einem Fluch belegt. Die Spanier entfesselten die Hölle und wirken zu Dämonen. Das kann überraschen. Meine Männer sind alle tot. Ich muss es allein vollenden. Kein Schiff wird diese Insel verlassen. Lecker. Ich habe alle zerstört und die Stadt überschwemmt. Kamera-Action. Keine Ahnung. Ich habe ja keinen Sonnenbrand. Ich habe Syphilis, Mann. Pack die Tomaten da weg. Hier, vorgib. Äh, trotzdem. Äh. Ich mache mir nur nicht ready. Ich habe Spanien fallen lassen. Haa. Well. Äh. Das hat keiner gesehen? Nee. Besser ist. Ja, 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 ja Ah! 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 Das ist Holocaust! Ah! Ah! Adrenalin, Leute! Adrenalin, sag ich nur! Ich verabschiede mich auch mal! Danke für die viele gute Nacht! Tod durch Nils! Sexy Singles mit Nivea, ein Creme macht Nico gern! Immer schöner einziehen in die Haut! Was? Was rede ich wieder mit dem Stoß? Hallo, ich habe ein dickes Rohr! Ich möchte es euch zeigen! Leute! Hallo, ich habe einen Ruf zu verlieren! Oh nein! Ha! Das heißt, wir können erstmal das wegtun! So wunderschön! Ja! Unbeschreiblich! Lust, zerstören wir ihn und hauen schnell ab! Warte! Irgendwas stimmt nicht! Wer möchte, kann auch mit mir diesen diesen einen Kuss aus Spider-Man 2 nachmachen! So hier! Komme ich in Erklärungsnot? Ich glaube, es wäre wirklich einfach zu sagen! Ich mache Pornos! Ja, vor allem hier! Hier ist die größte Problemzone! Aber manchmal... So ist es wieder lame! Und so ist es... So! Hoooo! Hicke! 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 Ooooooooh! What the ffff? ähm 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 Miep Taubsi ähm are you sure danke schön für 10.000 Bits jetzt musst du eine Nacht mit dir verbringen bro ähm okay ähm danke ähm okay jetzt ähm muss ich kurz mal ähm Blasterbomben das ist verrückt ne das ist voll cool merke ich mir mal warte mal äh kurz mal kurz mal hier Foto machen cool merke ich mir danke Hähnchencurry äh es muss noch köcheln keine Knödel hoffe ich soll ich dir mal meine Knödel zeigen drüber wirst du nie Gras wachsen lassen oder nein die große Knödelkatastrophe krass das sieht das ganze die große Knödelkatastrophe wie ich sagen würde mein erstes Mal bitte mal bitte mal oh ja It's fun to stay at the YMCA It's fun to stay at the YMCA Alle sind böse Ich bin auch Auch ich bin böse Entschuldigung Ich bin böse